3, 2, 1, Willkommen zurück. Es gab hier ein kleines Problem. Moment mal, hilf mir doch jemand! Oh, kommst denn du her? Hopps, hopps, hopps. Leicht erhöht. Jetzt schauen wir nochmal hier rein. Vor uns ist es hier ein abgestürztes Spiel. Deshalb hoffen wir mal das Beste. Ja. 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 Es ist gar nicht so schlecht hier drin. Ich vermisse nur Ihre Frau. Sie lassen sich nicht so leicht Angst machen. Respekt. Das wird schon noch. Ich für... Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Beim großen Nichts. Ich spendiere Ihnen hundert Drinks. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. So. Oh, kennst du mich? Ja. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Körnau, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Hound Pitspap begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass Sie Schaden nehmen. Alles klar. Und wir sprechen uns das Zimmer. Ja, das ist nice. Ja, das ist nice. Ja, das ist nice. Das ist ein Zeichen vom Zeichen des Ketzers. Es war ein Schmerzhaft. Haben Sie je das Gefall gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mögen. Unseres Ordens versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, bettelnd. Was hat er verbrochen? Wer weiß. Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert, der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die sieben Gebote und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Ist da jemand? Wachen, zu mir! Oh, scheiße, 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 scheiße. Ich tue genau. Was haben Sie da? Oh, man. Jemand ist verletzt. Was gibt es? Verdammt! Jemand ist tot! Wenn ich dich finde, dann ist tot. Du sterbt. Oh. Boah. Sieht nicht gut aus. Oh. 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 16 Meter Versprechungszimmer So Oh Vorsicht So Wie würde ich sagen Eine kleine Pause wieder So So